Wo muss ich hin, sagst du? Genau so und nicht anders und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS22 im BG-Challenge-Projekt mit dabei Tensoko Sege und der Morningread-Micha. Moin! Moin! Was fährt er denn da spazieren? Das hier, ähm... Was ist das nochmal? Hack-Schnitzel? Das sah gerade so aus, den ganzen Anhänger voll. Kann sein, der Sägeweck läuft ja schon ein bisschen länger, ne? Wer dann? Aber der fährt zum Hof, also in Richtung des Hofes. Das fährt. Andi. Mit dem MAN, dem Kipper dahinter, dem neuen. Oder sind das, ähm... Zuckerrüben. Am Rübenernten, richtig. Das könnte natürlich auch sein, stimmt. Äh, an der Tis. Äh, grüße. Moin! 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 Ich hätte mal eine Frage an euch. Ja. Ihr hattet doch, ähm... den Drescher, den ihr uns, ja... getauscht habt. Mhm. Habt ihr ja Drescher-Missionen gemacht? Ja. Habt ihr da noch von den Drescher-Missionen Material im Lager liegen? Nö. Also wirklich komplett gar nichts. Kein Weizen, kein Gerste, keine Sorge um Hesse. Nein. Gar nichts. Hopp ein bisschen drauf an, warum du fragst. Wir wollten es käuflich erwerben. Nein. Also haben wir nicht. Wir haben wirklich nichts. Wir wollten es ganz ehrlich käuflich erwerben. Ja. Ganz, ganz ehrlich wirklich gar nichts. Gut, dann war's das schon. Okay. Alles klar. Tschüssi. 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 Den Silagen haben wir, glaube ich, noch da drin. Wie kommt? Was sägst du hier jetzt gerade? Oder ist... Ach, der ist aufs Dach gekippt, ne? Ja, ja. Deswegen bin ich oben im Dach gerade. Deswegen lassen wir den Baum vielleicht lieber da stehen. Damit kommt man nämlich aufs Dach. Sieht aus, als wenn der aus dem Dach rauswächst. Ja. Ich habe gerade einfach mal einen kurzen Prozess gemacht. Ich mache einen so, Baum macht so, Unfall. Ja, so ungefähr. Das hier... Warte mal. Richtig? Das zeigt mir unten gar nichts an. Ja doch, 45. Ja, 4% hast du jetzt schon. Schreibt das doch aber unten links in der Karte immer an eigentlich. Wenn man mit der... Ach, nee, Quatsch. Das war ja bei Dünger. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich bin ja nicht am düngen hier. Ach, Mann. Gut. Ein Teil des Baums ist im Gebäude. Nicht, dass wir beim nächsten Mal alle nicht joinen können, weil wir direkt in den Baum joinen, weil der direkt im Schlafzimmer ist. Ach so. Ja dann. Ja, der Baum bewegt sich. Hilfe. Ich glaube, so viele Bäume auf den Schlag werden wir auch nicht mehr pflanzen. Was? Also zumindest nicht so eng beieinander. Ralf, du machst das nicht beim nächsten Mal. Der hat Elbbaumsitzerbrot. Ja, besser ist. Gute Baumwiese. Ja. Diffusionsbäume. Oh nein. Ja, auch vom Dach gefallen. Nee, ich habe den einen Stamm hier gerade genau da reingeworfen, wo er nicht rein soll. Na super. Boah. Oh. Oh, aua. 74.676 von 75.000. Das ist voll das Ding. Da steht immer noch so viel. Ja. Brauchen wir ein zweites Egewerk? Frag für einen Freund. Oh nein. Jetzt geht's schon mal dran. Ich habe hier noch einen Kommentar unter der Folge 93. Schreibt der D-Sax ein Novum mit, ohne Ralf. Hoffentlich klappt das Mitspielen in der nächsten Folge. Äh, in den nächsten Folgen. Lasset ihr gesagt sein, nein. Auch in dieser Woche nicht. Diesmal allerdings nicht, weil er nicht auf dem Server gefunden hat, sondern privat verhindert war. Gründer. Genau. Diesmal ist er nämlich von Querendeland nach Dänemark eingeladen worden. Nein, Quatsch. Diesmal kann er einfach nicht. Und deswegen ist der liebe Moddingwelt mich ja dabei. Oh, was haben wir denn noch hier? Oh, unter der 92. Oldes schreibt, hey ihr vier, Karte ist angekommen. Ganz großes Dankeschön von mir an euch alle. Macht weiter so. Ihr packt das noch. Da hat jemand Vertrauen in uns. Und wenn nicht, auch egal. Bei dem Spaß, den ihr verbreitet. Ich bin super mit euch. Schöne Grüße aus dem hohen Norden. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Freut uns, dass wir Spaß verbreiten können, wenn wir Spaß haben. Es regnet Bäume. Ist es nun soweit, ja? Ja. Oi. Hier gab es noch mal eine Sprengung. Was? Ich werde gerade über einen abgehoben. Wow, ich glaube, der ist gerade bei mir gelandet. Nee, Quatsch. Aber wundern wird es mich auch nicht. Warum fällt? Ist hier aber ganz schwierig zu sehen, wo schon ist und wo noch nicht. Ja, bei Gift musstest du ja merken, wo du bist, ja. Ja, schrecklich. Das stelle ich bei Bäumen hier auch gerade fest. Jetzt sind jetzt gerade irgendwie ein paar umgefallen. Ja, der eine schwebte ja noch irgendwo drin. Ja, ja. Und der ist jetzt zwischen den einen Baum, den ich jetzt noch gefällt habe. Ist ja mit umgefallen. Keine Ahnung, ob das passt hier. Die sind hier gerade völlig verknotet, die Bäume. Aber was ist sowas von? Ich glaube nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Das wäre schön, wenn das auch unten in der Karte irgendwie zumindest ein bisschen angezeigt werden würde. Ja. Gerade hier bei diesem Feld, du siehst es überhaupt nicht, wo ich schon war. Ja, schon, aber schwierig halt. Ich kenne es ja selber. Ähm, hast du einen Baum umgefällt? Hm? Geh zum Sägewerk, dreh mich um, sehe Baum. Ja, da meine ich schon. Hast du ein Glück bekommen? Ich wusste nicht, dass der Baum fällt. Ich wusste nicht, dass der das war. Das kann vielleicht auch noch einer... Das ist doch hier drüben an der Wand standen. Da war noch einer vor letzter Woche. Ich weiß jetzt gar nicht, was passiert. Also jetzt ist ja... Wenn wir jetzt das Zeug reinladen, bleibt dann was übrig liegen? Ich probiere es mal aus. Ja. Ja, okay, wunderbar. Ja, wunderbar. Warte, dann liegen. Sehr gut. Baum, komm her. Lass dich sägen. Hallo. Danke. Und für den restlichen LS dann nach dieser Challenge genug von Holz? Ich mache eigentlich gerne Holz. So ist es nicht. Ich habe irgendwie 420 Bäume auf meinem Singleplayer-Map gepflanzt. Ja, schön. Die wollen auch nochmal gesägt werden. Fusionsbäume? Nee, tatsächlich mit auberen Abstand. So, wie es sich gehört. Ja. Noch zu schwer. Naja, aber am Ende des Tages muss man ja sagen, ein bisschen lustig ist es ja schon mit den Bäumen. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall hat ganz eine Beschweite. Fünf, vier, das ist fertig. Wow. Wo kommt der jetzt? Weiß er das schon. Weiß er nicht. Ähm, so. Mission fertig. Abschließe. Oh. Dann wollen wir gleich die nächste hinterher. Die 53. Wo ist die denn? Ja, bei uns beim Hof. Da würde ich dann aber nochmal einen IBC-Tank mitbringen. Beziehungsweise ist das unten Revizid oder Dünger? Dann doch glaube ich noch einer. Irgendwo im Busch vorne müsste so ein Dünger-Stank stehen, oder? Dann so. Äh. Ja, wenn dann klar ist es nur ein IBC. Hallo. Hallo, Schweizer. Ich habe hier was von euch. Danke. Was? Hui. Hat der denn schon wieder was verloren? Nee, aber das geht nicht. Ich habe hier Herbizid drin. Achso. Magst du ihn am Hof abstellen? Das wäre mega cool von dir. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ich dachte, wenn ich schon hier bin, kann ich das Zeug direkt mitnehmen. Das ist sehr freundlich. Vielen herzlichen Dank. Sonst so läuft. Ja doch. Und bei euch? Ihr seht nicht da gerade die ganze Zeit hin und her fahren. Joa, eine muss ja. Heute bist du der Auserwählte. Das ist ja nix. Wartet auch nicht. Ey, sonst läuft alles soweit. Sehr schön. Du hast eine Silage verkauft. Boi. So 200, 300 Liter. Das Holzsumdolzum ab. Ja. Man sieht wieder was. Ich habe gesehen, ein neues Gelät habt ihr da auch? Ja. Ja. Das war uns auch klar, dass du das als erstes sehen wirst. Oh Gott. Im Prinzip noch vor uns allen, außer vor Tenzu. Gut, wenn der so auffällig am Händler rumstand. Du hast nur ein Päuschen gemacht. Ja, und ich habe nur Dünge geholt. Ja, und dann habe ich gewartet, bis du weg bist und dann habe ich gekauft. Wow. Soll ich jetzt warten, wenn es was passiert? Nö, ist mir zu rum. Wie läuft die Rübenernte? Boah. Läuft? Läuft. Läuft. Ja. Lkw ist im Wiese-Meinsatz. Für das, was hier da ist. Wachen von A nach B bringen. Ich habe es gesehen. Ich habe mich kurz über die Textur gewundert. So im Vorbeifahren sah das aus wie Hackschnitzel. Von wo? Ja. Das war die Frage. Von wo? Und warum? So viel. Unsere Kontodaten habt ihr ja sonst, ne? Zur Not. Für was? Also, ihr habt Geld bekommen. Also, von Darkie haben wir letztes Mal 100 Euro gekriegt. Cool. Einfach so. Wie? Aber ich will ja nichts sagen. Nee, Quatsch. Dankeschön. Danke, Schweizer. Bitte. Ich weiß nicht, wie du draufkommst, aber... Also, wir standen ja schon mehr von dem Wand. Von dem Wand, ja. Von der Wand. Äh, von den Fusionsbäumen. Gibt's auch Ruh? Ja. Moin. Grüße. Bist du schon wieder auf dem Rückweg? Ja. Gut. Tschüssi. Tschüss. User left to our channel. Ach, guter Dialog. Da siehst du, brauchen wir die Sachen doch nicht mehr abholen, das ist ja fantastisch. So, ein Verein wie unser Schweizer. Äh, das ist... So, nächste Mission hier. Weiß ich abschneiden, was aus dem Busch wächst. Oh, hier kann man es ja auch noch schlechter sehen. Fantastisch. Okay. Da ist die Frucht etwas höher gewachsen. Ach so. So langsam wird's hier voll drin denn so. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie... Es wird auch nicht leerer, das Seegewehr. Aber es läuft noch, oder? Ja, ja. Ja. Gut. Wenn es so schneller läuft, dann geht's ein Brand. Ja, wow. Ah, man muss das Positive sehen, das Holz ist dann weg. Das ist richtig. Allerdings findet sich das dann nicht in Euros auf unserem Konto wieder wahrscheinlich. Das ist auch doof. Dann gehen wir zur Versicherung und sagen, so und so viel war das. Können es zwar nicht beweisen, aber es war auch so und so viel. Genau, wir sind ja auch sehr vertrauenswürdig. Immer her mit den Millionen. Einfach rüberschicken. Punkte nehmen wir sonst auch. In der Challenge-Mod. Das ist gar kein Thema. Ja, Punkteausgleich, genau. Wir sind da ja gar nicht so. Ey, was war jetzt mit dem Stall? Und mit Hühnerfutter? Ja, könnten wir... Könnten wir... Ich würde die Mission hier zu Ende machen. Oder es macht jemand von euch schon? Ja, macht jemand. Wie gesagt, das ist toll, okay. Wir müssen gleich nur gucken, wohin. Und... Wir müssen das gleich mal machen. Wir müssen die Mission hier fertig machen. Hackschnitzel haben wir eigentlich. Das Ding wirft Hackschnitzel ab, ja? Ja. Das ist ein Haufen. Müssen wir eigentlich mal gucken, ob die Punkte bringen. Hab ins Silo damit. Ich glaube nicht. Und wenn dann nur wenig, weil... So eine Hackschnitzel machen ist eigentlich relativ easy. Ja. Aber wenn dann... Ja, klar. Ja, Osterfall gibt es denn bei uns, ne? Jetzt haben wir genug. Wir alle Teams veranstalten wie ein Osterfeuer, genau. Bratwurstbude ist mit am Start. Alles. Rundumprogramm. 15 Euro Eintritt pro Person. Nur? Das ist aber günstig. Ja, ohne Bratwurst und so weiter. Das kostet noch extra. Ja. Was ist das? Bratwurst kostet noch immer noch 15. Ja. Und wer Musik hören möchte dabei, der muss natürlich Doppel zahlen. Und ansonsten Kopfhörer tragen. Genau. Dann kommt die Kopfhörer auf. Mit Schloss. Hatten wir mal über Gewächshäuser gesprochen? Ja, ich glaube relativ zu Beginn hatten wir mal drüber gesprochen, ja. Ja, ne? Ich weiß nicht mehr genau, was dabei rauskam. Ich weiß auch nicht mehr. Aber wir hatten sie zumindest mal angerissen, sagen wir mal so. Das sind halt einfach mal so viele Themen. Ja. Ja. Da müssen wir einfach mal gucken, was Punkte bringt, in welche Richtung wir da nochmal gehen. Definitiv, ja. Werk alleine runter. Jetzt habe ich es nicht ganz gelesen, verdammt. Aber man ist auch froh, wenn man es geschafft hat. Irgendwann, das ganze Holz. Ja. Liebe Leute, damit sind wir auch schon wieder mit der Donnerstagsfolge durch. Das geht so fix. Das ist unglaublich. Das waren doch gerade erst 10 Minuten. Maximal. Wenn es euch gefallen hat, seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei am kommenden Samstag. Und bis dahin, vielen Dank. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.